Soll ich dir etwas aus dem Schauspiel, aus dem Theaterstück, welches sich aktuell und das eigentlich schon seit über zehn Jahren mit dem Fokus auf genau diese Handlungen bereits zeigt und abspielt, erzählen bzw. dir diesen Hinweis jetzt schon geben? Es wird eine Atombombe fallen. Jedoch wird es keine Atombombe sein. Es wird aber so aussehen, als ob es eine Atombombe ist. Und es wird auch so aussehen, als ob dadurch all das, was an Kriterien bzw. Auswirkungen durch eine Atombombe entstehen soll, auch entsteht. Wenn du das aber weißt, dann wird sich für dich einiges ändern, sobald das passiert. Denn der Sinn und Zweck ist ganz einfach. Angst und Panik.